seos liebes gefreunde und herzlich willkommen zum ersten video des neuen jahres und darum möchte ich heute auch alle noch mal ein gutes dies wünschen ich hoffe es sind alle gut umgekommen es hat bei euch keine vorfälle gegeben irgendwie mit wegen feuerwerk oder so und vom alkohol her keine total ausfälle geben ich gönne mir jetzt noch mal ein kleines schlückchen vom glenfarglis 25 und wünsche euch in dem sinne jetzt alle wirklich alles gute fürs neue jahr viel gesundheit viel spaß weiterhin am whisky viel spaß und viel erfolg in eurem leben und wirklich von herzen viel glück fürs gute neue jahr 2024 von dem ich wirklich hoffe dass da wirklich ein gutes neues jahr wird dass sich die welt ein bisschen beruhigt dass überhaupt alle mal wieder ein bisschen zur ruhe kommen und dass wir uns wie in gewohnter weise regelmäßiger hier auf youtube sehen beim whisky probieren wünsche ich was macht es gut